Herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn du wissen möchtest, wie du nur noch mit perfekten Kundenanfragen arbeitest, dann bleib auf jeden Fall dran und wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe heute den Kollegen Nico Becker mitgebracht aus der Kundenbetreuung. Mein Name ist Saad Schamo und wir wollen heute so ein bisschen über den perfekten Lead sprechen. Also, dass man quasi nur noch mit den richtigen Kontakten arbeiten muss, damit man halt weniger oder die Zeit effektiver gestalten kann. Bevor der Kollege so ein bisschen in den Vertrieb geht, möchte ich jetzt so ein bisschen auch so eine These ein bisschen hinterfragen. Dem perfekten Lead kannst du schon im Marketing sammeln. Und hier ist das erste kleine Problem oder Hindernis. Es ist quasi eigentlich ein Irrglaube zu sagen, dass man im Marketing alles abfangen kann, dass du nur noch die passende Zielgruppe erreichst und sich sozusagen nur noch der perfekte Interessent einträgt. Das hat mehrere Hintergründe und zwar kann das natürlich auch einfach ein Momentum sein für einen Interessenten, der deine Anzeige sieht. Und für ihn ist das generell spannend. Er kann es sich vielleicht auch leisten, aber es ist vielleicht einfach im Moment nicht interessant, aber er schaut sich das trotzdem mal an. Er hört mal da rein oder will sich mal vielleicht auch ein Angebot vergleichen, einen anderen Mitbewerber prüfen und das kann man kaum im Marketing abfangen. Also, letztendlich muss man halt schauen, wann ist dieser Lead für dich interessant? Und primär, wenn er Interesse hat, hast du ihn ja schon richtig generiert, nur der Zeitpunkt ist vielleicht falsch. Und deswegen macht es ziemlich schwer, jemanden zu finden, der genau jetzt das Budget, die Zeit und die Kapazität sozusagen mitbringt, der genau in diesem Moment dein Produkt kaufen möchte. Und das ist auch bei den großen Marken so. Also, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt eine Zielgruppe, die jetzt nur hochpreisig einkauft, dann ist es halt ziemlich schwer, weil zum Beispiel bei meinem Paradebeispiel Apple ist es halt so, die haben ein sehr, sehr teures Produkt und trotzdem haben Leute Interesse, die vielleicht das Geld nicht mitbringen in dem Moment. Und das ist bei einem Bauelement, also sagen wir mal ein Terrassendach oder eine Photovoltaikanlage, ebenfalls so. In dem Moment haben sie Interesse, überlegen vielleicht innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre, sich das anzuschaffen. Aber es ist vielleicht einfach ein Kostenpunkt oder eine Baugegebenheit. Vielleicht kauft er sich auch gerade ein Haus und das ist für die nächsten zwei bis drei Jahre erst spannend. Und das ist halt die Schwierigkeit im Marketing, das alles abzufangen. Deswegen ist es ein Irrglaube zu sagen, doch, man kann nur die perfekten Leads irgendwie einfangen im Marketing. Und zum Thema Vertrieb hast du bestimmt noch ein paar Punkte. Ja, vielen Dank für die Überleitung an der Stelle. Also, der Kollege hat jetzt ja relativ klar erklärt, dass es nicht möglich ist oder nicht sinnvoll ist, die Nadel im Heuhofen zu suchen im Marketing. Das heißt, wir müssen uns irgendwie mit der Frage auseinandersetzen, was machen wir mit den Anfragen, die wir generiert haben. Wenn wir davon sprechen, dass wir ein Traumlied, einen Traumkunden, einen perfekten Lied haben wollen, dann ist es aber Sinn und Zweck, jetzt hier an der Stelle halt anzusetzen. Also wirklich zu sagen, okay, ich überlege mir, das ist nämlich Schritt eins, ich überlege mir erstmal, wie sieht mein Traumkunde überhaupt aus. Ich denke, jeder da draußen, wenn du dieses Video jetzt schaust, hast du eine Vorstellung davon, wie ideale Kunden bei dir aussehen. Also, die haben ein gewisses Budget logischerweise, die haben auch eine gewisse Produktvorstellung, die haben einen gewissen Zeitraum, in dem das Ganze verbaut werden soll. Und das sind alles Überlegungen, die wir auch in unserer Zusammenarbeit tatsächlich immer am Anfang mit unseren Partnern machen. Also, wir gucken wirklich, wie sieht ein intelligenter Prozess der Vorqualifizierung aus am Ende des Tages, weil es ist nicht Sinn und Zweck, und das ist auch leider Gottes immer wieder ein Irrglaube, den wir manchmal sehen, es ist nicht Sinn und Zweck, einfach möglichst viele Leute zu beraten. Ich weiß, dass da draußen viele Wert auf Beratungskompetenz legen und es ist mit Sicherheit auch gut, nur es macht halt einfach keinen Sinn, jemanden zu beraten, der nicht in der Lage ist, dein Produkt am Ende des Tages zu kaufen. Das ist ja einfach so geschrieben, es macht auch keinen Sinn, da großartig Termine zu machen. Das Einzige, was wirklich sinnvoll ist, ist, alle Anfragen zu nehmen und zu sagen, okay, ich errichte mir jetzt im besten Fall immer irgendwie sowas wie einen Leitfaden, Kunden bei uns bekommen das auch direkt von uns mit, mit dem ich halt wirklich aussortieren kann, wer passt zu mir, wo macht das denn noch zu beraten und wo halt eben auch nicht. Und dann ist völlig okay, auch jemanden auszusortieren, weil, wir dürfen auch nicht vergessen, der Kunde investiert auch seine Zeit. Also, wenn von vornherein klar ist, dass er nicht mehr als 10.000 Euro ausgeben kann, das Dach wird aber mindestens 20.000 kosten, dann verliert der Kunde auch seine 1, 2, 3 Stunden, je nachdem, für die Beratung, für den Vor-Ort-Termin etc. pp. Und man hätte das eigentlich schon klären können, dass das vorher nicht geht. Es gibt natürlich noch ein paar andere Faktoren, wie gesagt, am Zeitpunkt das Produkt an und für sich ist ja nochmal ein Thema. Also, kann es überhaupt anbieten, was der Kunde sich genau vorstellt? Gibt es da irgendwelche Differenzen? So, und das muss man abklären, bevor man da großartig in die Arbeit reingeht. Jetzt haben wir immer wieder Partner, die dann eben sagen, ja, wenn ich das aber mache, dann habe ich da Vertriebler umsetzen, die dann auf einmal viel Zeit haben. So, deswegen sage ich immer, okay, aber dann macht es ja keinen Sinn, jetzt Leute zu beraten, die nicht passen, weil dann übt man in Anführungsstrichen für einen Fall, der im besten Fall gar nicht eintritt. Wenn das ein Problem sein sollte, dass du nach einer richtigen Vorqualifizierung zu viel Kapazitäten hast, dann macht es halt nur Sinn, vorne den Hahn aufzudrehen, also mehr Leads zu generieren. Man kann auch immer Vertriebler sozusagen daran setzen, nochmal Angebote nachzufassen. Also, das Thema Nachfassen ist auch eine Sache, die in den meisten Fällen viel zu wenig gemacht wird. Und es macht viel, viel mehr Sinn, Kapazitäten da reinzustecken. Aber mach dich halt wirklich immer Gedanken, okay, wenn du einen Abschluss nicht bekommen hast, woran hat es gelegen? So, lag es jetzt daran, dass du zu teuer warst? Und dann ist halt die Frage, wie kann ich das vorher aussortieren, wenn ich es vorher aussortieren möchte? Und das ist halt ein elementarer Bestandteil. Also, wie gesagt, es ist eine der ersten Sachen, die wir implementieren, wenn wir mit Kunden anfangen zu arbeiten. Und dann kann man auch wirklich Marketingkampagnen vorne aufdrehen, wo am Ende des Tages richtig was hängen bleibt. Also, wo ich dann nachher Marketingkosten von 2-3% habe. Und zwar über ein ganzes Jahr hinweg oder sowas. Das geht nur, oder es geht im besten Fall dann, wenn ich halt richtig vorqualifiziere. Aber wir haben das Thema hier auf dem Kanal schon einige Male behandelt. Also, du kannst dir auf jeden Fall die anderen Videos nochmal anschauen. Da sind wir auch nochmal sehr, sehr weit in die Tiefe gegangen, was das angeht. Das soll es, glaube ich, für heute hier erstmal gewesen sein. Und dann wünschen wir dir erstmal einen schönen Tag. So, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Lass uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und wenn du wissen möchtest, wie du als Handwerker deine Social Media Kanäle auf Vornamen bringen kannst, hier unter diesem Video findest du ein weiteres Video, das auf jeden Fall anschauen. Und bis dahin.